Eben gerade nicht machen sollen, merke ich gerade Jaha, spring Scheiß Bogenschützen Dann wurde er verletzt Da kann ich nix Immer weiter Okay, ich kann hier keinen nirgendwo runterschubs mäßig Das ist kacke Aber ich kann endlich lang das hier machen Gar kein Problem Also ich sterbe natürlich Achso, ich bin tot Vorher zu sagen, warum bin ich jetzt in Slowmotion-Models dran? Fortsetzen, normal Boah, langsam krieg ich Durst, Leute Okay, diesmal werde ich Sein Okay, besprochen Palabra, Palabra Diesmal gehen wir ganz langsam durch Pssst, diesmal gehen wir ganz langsam durch Krawall, Remy Demi So, haben wir hier ein Ei? Nix Ei Probieren wir die Entwässerungskanäle Ja, machen wir es halt, ne? Hat auch keiner gehört Nö, nö Entschuldigung Können wir jetzt rutschen? So eine Runde? Nein, doch nicht Dass wir damals schon Abwasserkanäle hatten, ne? Respekt, Alter Okay, was heißt damals? Das ist eine Fantasie-Story hier Aber es soll ja ungefähr mittelalter-mäßig darstellen Okay Warte mal Ja, war mir klar War mir von Anfang an bewusst Halt, Moment Nein, da ist keiner Kein Ei Habt meine beiden Eier Oh Gott 3D-Special-Effekts hier Nein, wir gehen geradeaus weiter Nimm ich alles an mich hier Das kann er mal schön vergessen, das Arschloch Okay, mach du nicht So Muss ich hoch? Ja, ich muss hier hoch Hallo Jemand zu Hause? Das nicht Das bringt auch nichts Ah, hier muss ich hin Äh, pff Ja, also, ähm Hier muss ich mich nicht durchschlagen Hier muss ich mich auch nicht durchschlagen Muss ich denn jetzt mal an Ja gut Das bringt mich jetzt nicht 5000 Mal hier runter zu fliegen Ähm Ich muss hier irgendwie hochklettern Hallo, ich bin ein klein, doof, dumm, rüpfender Junge Hihihi Huhu Ich könnte fast mitmachen bei Sex or Life Ne, Dead or Life Scheiße Hihihi Huhu Ich hab Spaß Jetzt mal erzhaft Was muss ich denn machen? Also Mit Magie kann ich nix Feier kann ich auch nix amüsieren Ich kann nur hier runter kraxeln Hier an der Seite kann ich nicht lang Und hier komm ich nur zurück Hab ich vergessen da irgendwie Was zu aktivieren Wenn ich da erstmal Die Klingel drücken müssen Oh, juckt Weg da, Mongo Hm Nicht, dass ich wüsste, dass ich da irgendwas Irgendwas muss ich ja hier machen Muss wahrscheinlich irgendwie wieder so ne Glocke aktivieren Aber ich komm nirgends von ne Glocke ran Das soll heißen, dass ich nochmal zurücklaufen muss komplett Und dann nochmal was aktivieren muss Ja, ja Und sie liefen Und liefen Und ab und zu Liefen die hinten noch ein Stückchen Das ist doch ein Ei da Gib mir das Ei her Verdammter Hacke Gut, ich komm noch zurück Oh, ich bin müde Gibt's gar nicht So, jetzt kommen wir gleich in Wer um alles in der Welt schnarcht hier Ach komm Ach, die schnarchen hier Weißt du was? Das sind ja nur die, die uns verfolgen Ich will Nee, ich muss da irgendwas einfach nur da machen Schön, nein, den mit dem Schokorien Du bist der Schokotock Alter, ich muss doch hier langlaufen können Ja, genau Lass mich doch einfach mal durch Ich will nochmal kurz was gucken Muss ich hier irgendwo ne scheiß Glocke aktivieren? Junge Verrückter Mongo Junge Verrückter Mongo Verrückter Mongo Junge Den steigern ich auch rein Stirb, Pferd Nein, Pferd Nein, Pferd Hihi Ich kann nix machen Ich bin so ein Cheater Das heißt, ich kann sie jetzt alle niedermetzeln So, ich seh nix mehr Ah, gehen wir mal in Deckung Stirb, 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 stirb Oh, ich seh da oben ja ne Anzeige Wie viel Leben der noch hat Hilfe So Muss ich hier irgendwo was Drücken Oder hab ich jetzt grad die ganzen Leute umsonst getötet? Na jo, die haben es umsonst was ohne Wo geht's denn hier lang? Oh Na, große Klasse Durch die Scheune Klettern Gucken wir mal Ähm Wo war jetzt noch mal die verfickte Scheune? Oh, oh, oh Er hat verfickt gesagt Ich hasse das mit der Kameraführung Dass man sie selber nicht schwenken kann Ja Eben gerade, weißt du? So ein ganz schmaler Weg Er jumpt da drüber Rennt da wie ein Blöder lang Und was macht er hier? Zwei Meter Platz Und er Schleicht so hässlich Ach ja, komm Es muss so ein Special-Schuss sein Okay, gucken wir mal Aber wie sollte ich denn eben gerade diesen Leuten ausweichen Wenn ich doch gar nicht gesehen habe Wo sie langlaufen Mal ganz ehrlich Wie hätte ich das eben gerade machen sollen? Ich sollte ja eigentlich von da aus an hier hinschleichen Und Palabra, Palabra Aber ich habe ja nichts hier sehen So, und wie kam ich eben gerade da hinten hin Wo ich eben gerade hingekommen bin? Hier war nichts Wird es hier? Aber hier Okay Gehen wir mal Ränder Rutschparty aktivieren Wiii So Ähm Jetzt müssen wir wieder hier rüber dödeln Siehst du? Hier spritet der wie ein Blöder entlang Und da? Ach, keine Ahnung Leute, das Sowas Das, äh, keine Ahnung So, gehen wir mal